Salzburger Altstadt Der Vater und die Mutter beklagen sich oft, weil wir kein Geld haben. Darum kriegen wir auch keine neuen Schuhe mehr. Nichts wird besser, seit Jahren geht's bergab. Wie möchtest denn du Schuhe kaufen? Wir haben ja nicht einmal mehr Gnur zum Essen. Oder was glaubst du, wie lange reicht der Kargerlohn noch für ein Schimmelbrot und eine Mehlsuppe? Die Mutter meint, wenn der Hitler und die Deutschen nach Österreich kommen, dann wird alles besser. Den anderen geht's viel schlechter. Trüm in Deutschland geht's ihnen dafür viel besser. Der Hitler weiß schon, wie man das macht. Und wer nicht passt, wird umgebracht oder eingesperrt. Meckst du das? Wenn's die Juden einsperren, soll mir das recht sein. Geldgierige Saubernde, wenigstens bleibt mehr für uns. Ein anständiger Deutscher umgibt sich nicht mit Juden. Geil, Konrad. Geil, Konrad. Geil, Konrad.